Mein Name ist Kasia Greco. Ich bin Unternehmensberaterin seit dem Jahr 2009, EPU-Sprecherin der Wirtschaftskammer Wien und zweite Stellvertreterin von Frau in der Wirtschaft Wien. Warum gründen Frauen überhaupt? 75% haben gesagt, dass es die Flexibilität und diese Selbstbestimmtheit, die man dann erlangt sind, die es ausmachen, warum sie gründen. Entbürokratisierung, Digitalisierung sind zwei Stichworte, die wir überall hören. Ganz konkret und jetzt aktuell ist beispielsweise die EPU-Offensive Zukunft 2021. Da geht es um Beratung, um Qualifizierung und um die nächsten Schritte dann auch wirklich in die Umsetzung zu bringen, unter anderem mit der Unterstützung von Förderungen. Gemeinsam mit den Formaten von Frau in der Wirtschaft, mit meinen Vorstandskolleginnen, ist es mir eine enorme Freude, hier jeden Tag ein bisschen mehr an den Rahmenbedingungen arbeiten zu dürfen, diese zu verbessern. Ob dies Kinderbetreuung ist, ob das die Weiblichkeit in der Wirtschaft ist, die Ressourcen, das EPU-Dasein in der Wertigkeit da hinauf zu bringen, wo es hingehört. Nämlich ein wesentlicher Teil der Wiener Wirtschaft sein zu dürfen, als Frau und als Unternehmerin. In meinem Brotberuf als Unternehmensberaterin fokussiere ich mich auf Gesundheit und Kommunikation quer durch Europa. Quer durch Europa begleiten mich auch Frauen, die ich in Mentoring-Programmen, Coachings und vielen anderen Formaten begleiten darf. Warum? Weil die Wirtschaft ist weiblich und ich freue mich ein immenser Teil davon sein zu dürfen, indem ich als EPU-Sprecherin hier weit über 60 Prozent aller Unternehmensformen in Wien vertreten darf und von diesen wiederum sind es 52 Prozent, die Frauen sind.